Tag auch Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt tippe ich den nächsten Spieltag der 2. Bundesliga und du wirst wieder sehen, wie die Spiele höchstwahrscheinlich nicht ausgehen. Let's go! So, also wir fangen an und zwar mit unserem eigenen Spiel dieses Mal. Und zwar Schalke spielt dieses Mal gegen Erzgebirge Aue. Ich finde Aue hat sich nicht unbedingt verstärkt auf dem Transfermarkt. Da muss ich ganz klar sagen, da hätte man bessere Transfers machen können. Bei Aue sind sowieso noch sehr, sehr viele Fragezeichen letztendlich. Denn im Moment spielen sie sehr, sehr defensiv und dadurch nachlässigen sie auch meines Erachtens nach ihrer Offensive. Und ich glaube Schalke 04 ist da einfach im Moment weiter und spielt sowieso zu Hause. Und ich denke, wir werden uns dort sogar klar durchsetzen mit einem 3 zu 1. Unsere Abwehr steht immer noch so ein bisschen wackelig. Deswegen denke ich mal, wird es auch zu einem Gegentreffer kommen. Aber unsere Offensive, die läuft ja immer besser. Deswegen 3 zu 1. Dann St. Pauli gegen den HSV. Geiles Spiel, freue ich mich sehr drauf. Findet leider parallel zu unserem Spiel statt. Deswegen werde ich es mir wohl nicht ansehen können, sondern nur die Highlights nachher. Aber ja, ich glaube, St. Pauli ist motiviert bis in die Haarspitzen. Hat auch noch den Heimvorteil auf seiner Seite. Deswegen glaube ich, dass sie dem HSV auf jeden Fall einen Punkt abbringen können. Und ja, das Spiel wird 2 zu 2 ausgehen. Generell, ja, ich rechne ja schon fest mit einem Tor von Guido Burgstaller. Fragt mich nicht warum. Wird wohl so kommen. Dann Sandhausen gegen den KSC. Und Sandhausen gilt hier immer so ein bisschen als der, ja, als ein sicherer Abstiegskandidat. Kann sich dann aber trotzdem immer halten in der 2. Bundesliga. Und dennoch glaube ich, dass sie gegen den aktuellen Tabellenführer, gegen den KSC jetzt keine Chance haben werden. Und ja, das Spiel wird 0 zu 2 ausgehen für den KSC. KSC, wie gesagt, Tabellenführer, macht einen guten Job bis lang. Da werden sie es auch souverän weiter durchziehen. Dann Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Nürnberger geizen ja im Moment noch so ein bisschen mit Siegen. Ich glaube, damit machen sie auch weiter. Fortuna ist für mich einfach die stärkere Mannschaft. Und ich glaube, dass Nürnberg eben, ja, hier jetzt den Kürzeren zieht. Und Fortuna Düsseldorf wird mit 1 zu 0 gewinnen. Dann Holstein Kiel gegen Regensburg. Ich finde, die Kieler haben ja gut gespielt. Also gegen uns muss ich wirklich sagen, also das ist zwar 3 zu 0 nachher für uns ausgegangen, das Spiel. Oder 0 zu 3 war ja auswärts aus unserer Sicht gesehen. Aber die fand ich schon stark. Und wie gesagt, irgendwann wird sich der Knoten auch lösen bei den Kielern. Und sie wird wieder anfangen zu gewinnen. Und ich glaube, es ist soweit. Und ich glaube, sie werden mit 1 zu 0 gegen Regensburg sich durchsetzen. Aufgrund ihrer höheren Qualität letztendlich auch. Und natürlich auch aufgrund des Heimvorteils. Dann Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Dynamo Dresden, so ein bisschen die Überraschungsmannschaft bislang. Wenn man überhaupt schon von Überraschungsmannschaft sprechen kann. Es sind ja nur zwei Spieltage gespielt. Aber auf jeden Fall hat Dynamo es geschafft, dem HSV einen Punkt abzuringen. Und jetzt kommt Hannover 96. Wieder eine Mannschaft, die aus meiner Sicht erstmal nominell auf jeden Fall stärker ist. Allerdings Dynamo hat den Heimvorteil schlicht und einfach. Und ja, Hannover 96 spielt einfach nicht so konstant. Somit, glaube ich, geht dieses Spiel 2 zu 2 aus. Und die Mannschaften trennen sich unentschieden. Dann Werder Bremen gegen den SC Paderborn. Werder ist für mich einfach noch in der absolute Wundertüte, wo es mit denen hingeht. Jetzt sind sie ausgeschieden gegen Osnabrück. Mit Sicherheit hat er auch den Weggang von... Jawohl, genau, Namen vergessen. Von Sargent eine Rolle gespielt. Und ich glaube, dass der Mann letztendlich auch fehlen wird. Letztendlich wird sich allerdings nicht alles jetzt mit Sargent begründen lassen. Ich glaube, nach dem Aus jetzt gegen den VfL Osnabrück braucht man einfach noch ein bisschen Zeit, um sich wieder zu schütteln. Und es wird wohl nicht reichen gegen den SC Paderborn für einen Sieg. Deswegen 1 zu 1. Dann Darmstadt gegen Ingolstadt. Zwei Mannschaften, die im Moment sich aus meiner Sicht auf Augenhöhe befinden. Deswegen mache ich es hier auch mal kurz und sage, dieses Spiel geht unentschieden aus. Und zwar 2 zu 2. Und dann haben wir noch Heidenheim gegen Hansa Rostock. Und das Spiel haben wir jetzt schon im DFB-Pokal gesehen. In einer etwas anderen Konstellation. Nämlich Hansa Rostock hat zu Hause gespielt. Und Heidenheim auswärts. Und das Spiel ist 3 zu 2 ausgegangen. Ich glaube, das Spiel geht jetzt wieder 3 zu 2 aus. Allerdings sind dieses Mal die Heim- und die Auswärtsmannschaften getauscht. Somit wird Heidenheim sich das jetzt nicht gefallen lassen. Diese Niederlage im DFB-Pokal. Und wird dieses Mal dann Hansa Rostock schlagen. Ja, was gibt es sonst noch so zu berichten? Ich habe noch gar nicht großartig hier auf dem Kanal über Ralf Fährmann gesprochen. Das möchte ich jetzt noch einmal kurz hinten anschieben. Ich werde das auch nicht großartig noch in den Titeln mit reinnehmen. Denn, naja, dafür bin ich einfach ein bisschen zu spät. Ich freue mich mega, dass Ralf Fährmann seinen Vertrag verlängert hat. Muss ich wirklich sagen. Also, wir werden mit einem Ralf Fährmann auch bis 2025 immer noch was anfangen können. Glaubt es mir einfach, das ist einfach ein Top-Torhüter auf der Linie. Der ist für mich einer der Top 3 Torhütern in Deutschland auf der Linie. Was der Öffnungsspiel angeht, braucht man nicht großartig darüber zu sprechen. Da hat er einfach noch so seine Defizite. Aber auf der Linie ist das einfach eine Maschine. Und deswegen, also ich freue mich da mega drüber, dass es für mich ein absoluter Qualitäts-Tor war, den wir wirklich gebrauchen können. Und ich muss wirklich hier nochmal den Hut ziehen und sagen, Ralf Fährmann, du bist einfach ein Ehrenmann, dass du jetzt auch vorübergehend erstmal auf Kohle verzichtest. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der hat seinen Vertrag, der war ja ursprünglich, hat er 4 bis 5 Millionen verdient. Und jetzt aufgrund des Abstiegs gab es schon eine Klausel in seinem Vertrag, nachdem er nur noch 2,5 Millionen verdient. Und da geht er jetzt nochmal runter. Jetzt verdient er nur noch 1,3 Millionen. Und ist bei einem Fußballprofi alles auf ganz hohem Niveau, ist mir auch klar letztendlich. Er wird jetzt nicht unter der Brücke schlafen müssen, weil er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Aber dennoch finde ich es, ich finde es top. Ich finde es super, dass er sich dort geeinigt hat. Und ich finde, es gibt keinen anderen Spieler auf Schalke, der sich mehr mit Schalke 04 identifiziert. Und vor allen Dingen, der mehr Bock hat auf Schalke. Und das ist so ein wichtiger Faktor. Wenn ich mir die letzte Saison anschaue, werden wir da heute alles bei uns am Spielen sehen. Ganz ehrlich, die hatten doch alle gar keinen Bock mehr auf Schalke zu sein. Die meisten haben sich doch schon bei anderen Vereinen gesehen. Bei Ralf Fährmann hast du einen, der will bei Schalke spielen. Und wenn da nachher noch ein Angebot reinflattert von ihm, von Real Madrid, es ist ihm scheißegal. Er bleibt auf Schalke. Übertrieben gesagt, ja. Und über Raby Matondo habe ich auch noch nicht gesprochen. Und er geht jetzt einen neuen Weg. Er geht jetzt nach Cercle Brügge. Wobei ich muss dazu sagen, am Montag habe ich im Livestream darüber gesprochen. Den habe ich immer offline genommen. Deswegen, ja, weil der war einfach schlecht. So, ist einfach so. Manchmal passiert das einfach, dass Streams auch nicht so gut sind. Und der war einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, nee. Weißt du was? Ich muss mich mal wieder hinsetzen. Mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen besser abliefern. So sieht es aus. Okay. Also, er wechselt jetzt per Laie nach Cercle Brügge. Was ich halt schade finde, ist, dass die eine Kaufoption haben und keine Verkaufpflicht nach einer gewissen Anzahl von Spielen zum Beispiel. Denn, das haben wir jetzt auch bei Ozan Kabak gesehen, dass solche Deals schlicht und einfach dazu führen, dass sie mal ausgetestet werden, dann wieder zurückgeschickt werden. Und wir sitzen dann doch wieder auf dem Spieler. Aber, Fakt ist natürlich auch, wir sparen Geld dadurch. Und deswegen ist es immer ein guter Deal. Beispiel jetzt in der aktuellen Situation. Und deswegen, sportlich gesehen, wird uns Ravion Matondo, glaube ich, auch nicht großartig weiterhelfen. Auch bei ihm ist er schlicht und einfach ein Faktor. Er ist, ja, schlicht und einfach ein bisschen zu verbraucht auf Schalke. Ja, so schlimm, so doof, wie sich das anhört, so ist es. Jo, also, gute Deals auf jeden Fall. Leute, am Freitag ist das Spiel gegen Erzgebirgeauel. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Um 17.30 Uhr gehe ich schon online. Und das wird auf jeden Fall ein richtig schöner Stream werden. Eine richtig schöne Live-Reaction. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und heute gibt es einen Stream. Wir werden heute Trikot-Bewertungen machen. Freue mich, wenn ihr mit dabei seid. AFM wird mit dabei sein. Der VfB Stuttgart-YouTuber. Freue ich mich mega drauf. Endlich wieder Felix. Ja, wieder mit Felix ein Video aufzunehmen. Das wird hier richtig cool. Und, ja, einen Livestream aufzunehmen. Da freue ich mich drauf. Leute, macht's gut. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.